Jo, moine Leute, herzlich willkommen zu Formel 3 Saison 2023 mit den Predictions Formel 3. Das erste Mal, dass die Formel 3 und Formel 2 in Melbourne fahren. In Australien, in Melbourne. Los geht's mit dem Hauptrennen der Formel 3. Heute um 1.05 Uhr live auf Sky Sport F1 und im F1 TV. Das Hauptrennen gewinnt Gabriele Mini. Herzlichen Glückwunsch vor Juf Bartha. Dritter kommt ins Ziel Paul Ahon vor Sophia Flörsch. Dann wird 5. Caio Culli vor Christian Menchel. Auf 7. und 8. wird Zac O'Sullivan und Gregory Sussier vor Hunter Heaney und Oliver Goethe. 14. So, das war's vom Hauptrennen der Formel 3 Saison 2023 aus Down Under Australien. Insofern auch, dass euch das Video gefallen hat, lasst ein Dornchen nach oben da. Vergiss kein Abo. Dann nehme ich das Glöckchen. Das nicht vergessen, sagt dir wen. Dann verpasst ihr gar keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis dann. Good Ways. Ciao.